Hallo zusammen, ich bin Erik, 17, mache die Lehre als Elektroniker im Paul-Scher-Institut und bin aktuell im zweiten Lehrjahr. Und ich bin Noah, bin 19, mache auch die Lehre als Elektroniker und bin aktuell im vierten Lehrjahr. Drei wichtige Stichworte bei unserem Beruf sind, out of the box zu denken, dann professionell improvisieren und natürlich auch unsere Ideen gut verkaufen können. Als Unternehmer muss man kreativ sein, gerne präsentieren und sich besser in den Kunden hineinversetzen, als er es selber kann. Für wen ist Entrepreneurship nichts? Ich glaube für Leute, die vor allem nicht gerne von vielen Personen präsentieren, aber auch für Leute, die gerne einen strukturierten und definierten Tag haben. Da komm uns zu besuchen am Stand vom 7. bis 11. September in Bern, alles wie es gilt. Wir freuen uns auf dich.